Moin, herzlich willkommen zum Suchmaschinen Marketing MOOC. Mein Name ist Erik Horster, ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit den Schwerpunkten Digitales Marketing und Tourismusmanagement. Ich führe Sie durch den Kurs und selbst bin ich auf das Thema Suchmaschinen Marketing aufmerksam geworden, als ich noch bei einem Startup gearbeitet habe. Wir haben Englischkurse vermittelt und wir hatten eine Praktikantin, die aus Argentinien kam. Jetzt wussten wir nicht so recht, was machen wir mit dieser Praktikantin, wie können wir sie einsetzen und dann kam uns die Idee, lass doch einfach mal unsere Internetseite auf Spanisch übersetzen. Das haben wir gemacht und eines Tages erhielten wir tatsächlich Anfragen für Englischkurse auf Spanisch und nicht nur eine, sondern drei, vier, fünf. Wir haben uns gefragt, was ist denn da jetzt los und haben mal ein bisschen recherchiert, woran das denn liegen könnte und haben festgestellt, das spanische Ministerium hatte Stipendien ausgegeben für Englischkurse in Spanien. Wir waren deutsche Startup, irgendwo im Industriegebiet im Keller und haben jetzt plötzlich eben Englischkurse verkauft an Spanier. Und das war für mich so der Moment, wo ich gedacht habe, Wahnsinn, was das Internet für eine Kraft hat, wie man neu denken kann, auch Unternehmen neu denken kann und welches Potenzial das auch hat. Was haben wir also getan bzw. was haben damals meine Chefs getan? Die haben investiert und investiert in AdWords-Werbung in Spanien für Englischkurse. Unser Büro stand zwei Wochen lang still. Wir sind gar nicht hinterhergekommen, die ganzen Anmeldungen auszudrucken und abzuwickeln. Es war wirklich, es war ein Riesenchaos und das kann man natürlich nur dann schaffen, wenn man auch weiß, wie das Suchmaschinenmarketing funktioniert. Und die Basics zu dem Suchmaschinenmarketing, die möchte ich Ihnen in diesem Kapitel einmal erläutern. Ich bin ein Riesenchaos und das ist ein Riesenchaos.